Also diese Kombination, da eben zu sagen, so risikoreiche und schwankungsstarke Aktien auszusortieren, da eignet sich der Safety Score eben wunderbar für. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Finanzrocker-Kanal. Mein Name ist Daniel Korth und heute habe ich wieder Max König zu Gast. Hallo Max, erstmal, wie geht's dir? Hallo Daniel, mir geht's soweit gut. Und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mit dabei sein kann. Vielen Dank. Ja, mich freut es auch, dass du wieder zugesagt hast. Und wir haben ja im ersten Video über den Trendscore und den Momentum-Effekt gesprochen. In den vergangenen Wochen ist ja sehr viel passiert und nahezu alle ambitioniert bewerteten Momentum-Aktien, gerade aus dem Hightech-Bereich, die mussten kräftig federn lassen. Wie hat sich das denn auf dein Portfolio ausgewirkt? Also die letzten Wochen waren bei mir auch wirklich schwierig. Das ist einfach die Eigenschaft von Trend-Aktien, dass wenn es da mal eine Korrektur am Markt gibt, insbesondere bei Trend-Aktien, dann fällt die wirklich richtig stark aus. Und das sind einfach ein paar Wochen, die muss man dann durchstehen. Vielleicht werden es auch ein paar Monate, da müssen wir mal gucken. Wir hatten ja letztes Mal über Paypal gesprochen, dass ein Trendscore von über 90% hatte. Mittlerweile liegt jetzt der Score nur noch bei 68%. Das wäre für dich jetzt ein Grund, den Wert zu verkaufen, oder? Wenn er unter 70% fällt? Genau. Also wenn ich eben nur nach dem Trendscore gehe, dann liegt die Grenze dort bei 70%. Und dann ist es natürlich ärgerlich, dass man gerade dann verkauft, wenn die Aktie jetzt gefallen ist. Aber es gibt dann wirklich genug Aktien, die gerade wirklich noch einen intakten Trend haben, der immer noch schön nach oben geht. Und da schichte ich dann halt lieber um. Okay. Heute wollen wir ja über den Safety-Score bei Aktien sprechen. Also Investolio setzt ja auf fünf Scoring-Modelle. Einer davon ist der Safety-Score. Was steckt denn hinter dem Safety-Score genau? Genau. Beim Safety-Score geht es mir darum, Aktien zu finden, die möglichst geringe Kursrisiken aufweisen. Also das geht es hier zu betonen. Es geht um Kursrisiken und nicht irgendwie um fundamentale Risiken, wenn es um das Geschäftsmodell geht. Sondern wir schauen uns hierfür ein paar Kennzahlen an, die eben sich auf Basis der historischen Kursentwicklung auch wieder berechnen. Also ähnlich wie beim Trendscore. Aber ich möchte hier halt keine Aktien finden, die die stärksten Aufwärtstrends haben, sondern welche, die möglichst geringe Schwankungen aufweisen und so auch eine gewisse Stabilität fürs Depot mitbringen. Und das heißt, für dich spielt es durchaus dann auch eine wichtige Rolle, dieser Safety-Score? Genau. Also ich kombiniere den auch sehr gerne mit dem Trendscore. Aber das werden wir uns ja hier im weiteren Video auch gleich nochmal genauer anschauen, wie sich die sehr gut in Kombination einsetzen lassen. Weil das ist der große Vorteil, den der Safety-Score dann mitbringt, wenn wir ihn eben mit dem Trendscore nochmal gemeinsam betrachten. Der Safety-Score, der setzt sich ja wie der Trendscore auch aus unterschiedlichen Kennzahlen zusammen. Welche Kennzahlen sind das denn beim Safety-Score? Genau. Das sind vier unterschiedliche Kennzahlen, die höchstwahrscheinlich jetzt eher unbekannt sind. Deswegen werden wir uns die auch nochmal an konkreten Beispielen gleich anschauen. Das ist einmal die Verlustvolatilität, wo es darum geht, eben die Kursschwankung an sich ähnlich wie bei der Volatilität auszuwerten. Dann den Conditional Drawdown ist der kleine Bruder vom Maximal Drawdown. Gehe ich im Beispiel dann gleich nochmal genauer drauf ein. Die dritte Kennzahl nennt sich Up-Down-Days. Das verrät schon so ein bisschen der Name, dass ich da einfach zählen möchte, an wie vielen Tagen steigt die Aktie, an wie vielen fällt sie. Und die vierte ist eine komplette Eigenentwicklung, habe ich als QNR bezeichnet, quadrierte negative Renditen. Auch da schauen wir uns dann wieder die Renditen an einzelnen Tagen an. Und da geht es mir darum, dass negative Renditen eben quadriert werden sollen, dass sie umso stärker negativ in die Gewichtung dann einfließen und zeigen, wenn eine Aktie große Verluste an einzelnen Tagen aufweist, dann hat die einfach ein sehr großes Risiko. Okay. Bevor wir uns jetzt genau die Kennzahlen anhand von mehreren Beispielen anschauen, nochmal kurz den rechtlichen Hinweis. Das heißt, bei diesem Videoformat und besonders jetzt bei den Aktienbesprechungen, da geht es nicht um Aktienempfehlungen und es geht auch nicht um Anlageberatungen, sondern wir beide geben nur unsere Meinung wieder. Und was ihr daraus macht, das bleibt euch überlassen. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zum ersten Beispiel. Das ist ein Wert aus meinem Portfolio, nämlich Danaher. Das ist ein sehr großer amerikanischer Mischkonzern mit über 400 Unternehmen. Das wird immer so als die kleine Berkshire Hathaway bezeichnet. Und das ist in meinem Depot der Wert mit dem höchsten Safety-Score. Der hat momentan 99,6%. Kannst du mal kurz erläutern, wie sich diese 99,6% zusammensetzen? Genau. Also wir schauen uns hier für erst mal die 1 in 4 Kennzahlen an und dann gehe ich darauf ein, wie auf Basis der Kennzahlen sich dann dieser Score am Ende ergibt. Ich fange mit der Verlustvolatilität an. Die liegt hier aktuell bei 20,5%. Bei der Volatilität gilt, niedrige Werte sind besser, weil es einfach zeigt, dass die Aktie geringe Kursschwankungen aufweist. Wichtig ist aber, diese Verlustvolatilität nicht mit der klassischen Volatilität zu vergleichen, weil ich hier eine kleine Abwandlung vorgenommen habe. Wir müssen uns mal fragen, stören uns große Kursschwankungen eigentlich? Ja und nein. Nach unten stören sie uns. Nach oben nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich gucke mir dann halt die täglichen Renditen einer Aktie über insgesamt ein Jahr an und anstatt dann alle Renditen zu nehmen und auf Basis dessen die Volatilität zu berechnen, möchte ich nur die negativen Renditen nehmen und alle anderen werden einfach auf Null gesetzt. Das bewirkt, dass wir die Volatilität sozusagen nur über die Verlusttage berechnen und können dann eben sehen, wie stark fallen diese Schwankungen bei den Verlusten aus und hier geht dann eben auch, je niedriger der Wert, desto weniger risikoreich ist diese Aktie auch. Die zweite Kennzahl ist dann der Conditional Drawdown. Der ist in der Praxis sehr unbekannt, einfach deswegen, weil sein großer Bruder der maximale Drawdown deutlich bekannter und auch einfacher zu interpretieren ist. Beim maximalen Drawdown gucken wir ja einfach, wie stark war der zwischenzeitliche Verlust ausgehend von einem Hochpunkt bei einer Aktie. Das können wir über einen bestimmten Zeitraum machen. Ich schaue mir hier die letzten drei Jahre an. Der maximale Drawdown stellt aber auf diesen einen größten Verlust ab. Beim Conditional Drawdown mache ich folgendes. Ich gucke über diese drei Jahre an jedem einzelnen Tag, wie groß war der Drawdown im Vergleich zum vorherigen Höchstkurs und habe dann für jeden Tag sozusagen eine Drawdown-Zeitreihe. Ich sehe an jedem Tag, wie groß war der Drawdown. Und beim Conditional Drawdown machen wir es dann halt so, wir nehmen die 20 Prozent der größten Drawdowns, also 20 Prozent der Handelstage in diesen drei Jahren, gucken, wie groß waren dort die größten Drawdowns und bilden daraus einen Mittelwert. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, liegt auch daran, weil ich mich tatsächlich im Studium, in meiner Masterarbeit damit beschäftigt habe. Also es geht hier wirklich schon sehr tief ins Thema rein. Aber der große Vorteil ist einfach, dass wir beim Conditional Drawdown nicht nur auf diesen einen größten Verlust abstellen, sondern Aktien, die vielleicht einmal einen großen Verlust haben, diesen Drawdown aber schnell wieder ausgleichen und schnell wieder neue Hochs markieren, werden hier entsprechend besser bewertet, weil sie nicht so lange im Drawdown sind. Und deswegen haben wir hier jetzt bei Danaha mit minus 10,5 Prozent beim Conditional Drawdown echt einen richtig guten Wert. Ich habe mal eine ganz kurze Frage zwischendurch, bevor wir über die anderen beiden sprechen. Und zwar, wir haben ja beim letzten Mal den Momentumfaktor besprochen. Gibt es jetzt bei dem Safety Score auch einen Faktor, der sich damit vergleichen lässt, also beispielsweise Minimum Volatility? Würde das passen? Es ist durchaus damit vergleichbar. Also es gibt auch dieses Phänomen an den Finanzmärkten, dass Aktien, die in der Vergangenheit geringe Kursrisiken aufgewiesen haben, das auch künftig so fortsetzen. Also das ist ein Effekt, der ist wirklich sehr stark, dass wenn wir eben Werte haben, die bereits geringe Risiken haben, dann setzt sich das in der Regel auch sofort. Und in einigen Fällen performen diese Aktien dann sogar noch besser. Das nennt sich dann Risikoanomalie. Das ist dann natürlich das Beste, wenn wir solche Aktien haben, die einmal geringe Risiken haben und gleichzeitig auch noch eine höhere Rendite erzielen. Okay, gut. Dann erklär doch mal bitte die beiden anderen Kennzahlen. Genau, kommen wir zur dritten Kennzahl. Ab Down Days nennt die sich, schaue ich mir über ein Jahr auch wieder die täglichen Kursveränderungen an. Hier geht es mir aber nur darum, wirklich eine kontinuierliche Entwicklung zu sehen, eine sehr stabile und das nach Möglichkeit eben auch mit einem Aufwärtstrend. Also es ist so ein bisschen eine Kombination aus einer Risiko- und einer Trendkennzahl. Und ich gucke hier einfach, an wie vielen Tagen im letzten Jahr ist eine Aktie gestiegen und an wie vielen Tagen ist sie gefallen. Und daraus biete ich die Differenz. Und je höher dieser Wert ist, an desto mehr Tagen ist die Aktie gestiegen, als sie gefallen ist. Und das ist für mich ein Zeichen von Stabilität. Und genau das möchte ich hier eben gut bewerten. Bei Danaha haben wir hier aktuell einen Wert von 25. Also die Aktie ist im letzten Jahr an 25 Tagen mehr gestiegen, als sie gefallen ist. Das klingt jetzt vielleicht erst mal ein bisschen wenig, wenn die Aktie doch hier mit einen der höchsten Safety-Scores hat. Aber wir können natürlich nicht erwarten, dass wir hier Werte von 100 oder 200 haben. Das würde ja bedeuten, wenn wir jetzt einen Wert von 200 haben, dass die Aktie quasi an fast jedem Tag im letzten Jahr gestiegen ist. Und sowas gibt es natürlich auch nicht. Okay. Ja, und die letzte Kennzahl, die quadrierten negativen Renditen. Auch da schauen wir uns wieder ein Jahr an, gucken, wie waren die täglichen Renditen an jedem Handelstag. Und dann möchte ich über diese täglichen Renditen einen Durchschnitt bilden. Da wird aber vorher noch eine ganz wichtige Modifikation vorgenommen. Und zwar negative Renditen werden quadriert. Aber nicht einfach mathematisch quadriert, weil das würde ja heißen, aus minus 5 Prozent würde dann minus 0,025 werden, weil der Wert ist kleiner als 0 und dann auch noch kleiner als 1. Also der Wert würde sehr klein werden oder er würde sogar positiv werden. Genau, Minus mal Minus. Wir müssen hier also eine Modifikation vornehmen. Ich möchte einfach, dass aus diesen minus 5 Prozent minus 0,025 werden. Und so machen wir das eben mit allen größeren Verlusten. Und dadurch hauen so große negative Renditen natürlich stark in diese Durchschnittsberechnung rein. Und das ist hier eben genau das Ziel, was ich erreichen möchte. Aktien, die an einzelnen Tagen wirklich große Verluste von 10, 15 oder vielleicht noch mehr Prozent aufweisen, die werden hier entsprechend sehr schlecht bewertet und erhalten dann einen sehr schlechten Wert bei der QNR. Das ist jetzt hier bei Danaha minus 1,1 Prozent. Da könnte man denken, wieso ist das denn negativ? Liegt einfach an der Berechnungslogik. Wenn wir eben die negativen Renditen deutlich stärker hier gewichten, dann ist das schon sehr schwer, dass eine Aktie hier noch einen positiven Wert hat. Viel wichtiger ist es eben, einzelne Aktien hier miteinander zu vergleichen. Und je weniger negativ das Ergebnis hier ist, desto besser ist das am Ende dann auch. Okay. Und welche Kennzahl ist jetzt am wichtigsten für den Safety Score von über 99 Prozent? Da kann man nicht sagen, dass eine am wichtigsten ist, weil alle vier Kennzahlen sind im Safety Score gleichgewichtet. Für jede Kennzahl wird eine Rangliste gebildet. Bei der Verlustvolatilität ist es eben so, die Aktien mit den niedrigsten Werten sind am besten platziert. Und das gucken wir uns dann für die anderen drei Kennzahlen auch nochmal an. Bilden diese vier Ranglisten und können aus diesen vier Ranglisten einen durchschnittlichen Rang bilden. Und die Aktien, die dort am besten dann bewertet sind, die kriegen dann auch die höchsten Safety Scores. Und da ist danach eben eine, die aktuell am besten bewertet ist. Okay. Gibt es denn jetzt bestimmte Branchen, die generell einen hohen Safety Score haben? Da habe ich so genau jetzt noch gar keine Auswertung gemacht. Was man auf jeden Fall sagen kann, momentan zählt da auf jeden Fall nicht die Touristik zu. Also die Aktien sind natürlich so unter Druck geraten, die stehen da eher schlecht da. Aber ich habe jetzt nicht genau auf dem Schirm, welche Branchen da vielleicht besonders gut sind. Aber wenn man da eben dann noch mal ins Ranking reinguckt, dann findet man eben auch schnell die Aktien, die da gerade, die Branchen, die da gerade gut bewertet sind. Also bei mir im Portfolio, da sind es in erster Linie tatsächlich Lebensmittelunternehmen. Und die schwanken halt nicht so stark. Also sie steigen natürlich auch nicht so stark, aber das sind dann immer so Sicherheitsanker im Depot. Und ich habe jetzt beim Blick in mein Depot festgestellt, ich glaube, ich habe zwei Drittel mit einem grünen Safety Score. Und das heißt, das sind jetzt keine schwankungsreichen Unternehmen. Aber dann gibt es natürlich noch andere, die dann jetzt ordentlich auch runtergegangen sind. Die hatten vorher auch einen grünen Safety Score und das hat sich jetzt halt so ein bisschen umgekehrt. Die sind jetzt gelb oder rot geworden. Ja, also gerade die letzten Wochen haben dann natürlich zu beigetragen, dass wenn bei einzelnen Aktien da größere Schwankungen kommen, dann wechselt der Score da eben auch mal relativ schnell, dass sich das Bild dann ändert. Ja, genau. Lass uns mal über ein negatives Beispiel für einen schlechten Safety Score sprechen. In meinem Depot ist einer der schlechtesten Werte Royal Dutch Shell mit nur 9,5 Prozent. Das ist ja ziemlich wenig. Das war sogar noch niedriger letzte Woche beispielsweise. Wie kommt so ein Wert dann zustande? Ja, das Problem bei Shell ist einfach, dass das eine Aktie ist, die einfach relativ große Kursschwankungen aufweist und das eben auch speziell im letzten Jahr. Und das sehen wir auch, wenn wir uns die einzelnen Werte angucken. Also wir können das ja dann auch nochmal anschließend mit Danaha vergleichen. Wir haben eine Verlustvolatilität, die hier bei 34,8 Prozent liegt. Da waren wir bei Danaha bei 20 Prozent. Also schon deutlich größere Kursschwankungen. Was hier sehr stark negativ aufhört, ist der Conditional Drawdown von minus 60,7 Prozent. Hier schauen wir uns halt die letzten drei Jahre an. Und das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass die Aktie von Shell wirklich sehr lange Zeit weit unter ihren vor einigen Jahren markierten Hochs notiert. Und das sorgt hier natürlich dafür, dass die Aktie sehr schlecht bewertet ist. Und auch die beiden anderen Kennzahlen, die Up-Down-Days, sind hier negativ. Und das, obwohl wir ja ein starkes letztes Jahr hinter uns haben, heißt, dass Shell an mehr Tagen gefallen ist, als sie gestiegen ist. Und das, obwohl der Gesamtmarkt wirklich stark steigen konnte. Auch die Q&R hier mit minus 4,3 Prozent, deutlich negativ. Also da kann man schon sagen, dass das eben eine Aktie ist, die eben, wie der Safety-Score auch zeigt, sehr große Kursschwankungen aufweist. Das Schlimme dabei ist auch noch, dass sie jetzt, abgesehen von den letzten Wochen, nicht wirklich starke Trends verzeichnet. Also wir holen uns hier im Prinzip große Risiken ins Depot. Und das ohne so richtig Performance zu haben. Okay. Also wenn man sich jetzt den Kurs gerade über das letzte Jahr so anschaut, dann haben wir den März-Crash. Da ist es ordentlich nach unten gegangen. Und dann kam die Dividenden-Streichung. Und dann ging es sukzessive auch weiter nach unten. Und danach kam halt die Öl-Misere, dass keine Flugzeuge mehr abgehoben sind. Und das hat dann zu dem Ölpreisverfall geführt. Dann ging es nochmal nach unten. Und seitdem geht es ja jetzt nach und nach wieder nach oben. Aber eben auch mit ein paar Schwankungen. Ja, also jetzt die letzten Wochen und Monate geht es halt wieder nach oben. Aber das gleicht halt nicht das aus, was die letzten Monate passiert ist. Und ich bin da halt auf der Suche nach Aktien, die sich über Monate und wenn es geht sogar Jahre da relativ stabil entwickeln. Wie wichtig ist denn jetzt so generell der Safety-Score für die Gesamtbewertung einer Aktie bei Investorio? Der Safety-Score spielt eine wichtige Rolle, insbesondere dann, wenn er mit anderen Scores kombiniert wird. Also ich bin ja ein großer Fan des Trendscores, dass ich eben Aktien kaufe, die bereits starke Aufwärtstrends aufweisen. Aber da sind natürlich auch sehr risikoreiche Aktien mit dabei. Und da bietet es sich dann sehr gut an, einfach den Trendscore zum Beispiel mit dem Safety-Score zu kombinieren. Also ein Kaufkriterium für eine Aktie, was ich da habe, ist zu sagen, alle Aktien, die einen Safety-Score von unter 50 Prozent haben, schmeiße ich schon mal grundsätzlich raus. Die sind mir zu risikoreich. Die nehme ich nicht ins Depot auf. Und das führt natürlich dazu, dass ich insgesamt die Risiken ein bisschen reduzieren kann. Und das Schöne ist, je nachdem, wie hoch die Risikobereitschaft ist, kann das natürlich jeder für sich selber anpassen. Wer jetzt sagt, Risiken spielen für mich keine Rolle, der betrachtet den Safety-Score vielleicht gar nicht. Und je risikoaverser ein Anleger jetzt ist, desto höher kann er natürlich diese Grenze beim Safety-Score setzen, wenn es darum geht, Aktien auszuwählen. Also statt 50 Prozent vielleicht auf 70 oder sogar 80 Prozent. Ja, wir haben ja beim letzten Mal auch über Tesla gesprochen. Tesla ist ja so der Momentumwert gewesen, auch in diesem Momentum-ETF. Und ich glaube, der hat eine Prozentsahl von 100 Prozent beim Trend-Score. Es ist immer noch bei 100 Prozent, auch wenn der Wert jetzt ordentlich gefallen ist. Aber am Safety-Score kann man da ganz gut was ableiten. Was leitest du daraus ab? Genau, also Tesla hat da deswegen noch so einen hohen Trend-Score, weil wir uns ja hier nicht nur die Entwicklung der letzten Wochen anschauen, sondern wirklich auch mittel- bis langfristige Aufwärtstrends. Und trotz dieser Korrektur jetzt zuletzt ist der langfristige Trend, wenn wir uns da die Kurssteigerung auch mal anschauen, und den Vergleich zum 200-Tage-Durchschnitt, dann sieht das immer noch enorm gut aus, dass wir hier also so einen hohen Trend-Score haben. Aber die Kombination mit dem Safety-Score, der jetzt bei etwa nur 10 Prozent oder so liegt, sorgt eben dafür, dass wir solche Aktien vielleicht erst gar nicht ins Depot aufnehmen. Ja, ich bin sowieso der Meinung, dass Tesla sehr aufgeblasen war und da wird jetzt einfach Luft abgelassen. Und das merkt man halt gerade extrem. Ja, absolut. Also ich war bei Tesla seit Ende 2019 schon mit dabei, wo ich mir dachte, boah, ist aber schon ambitioniert. Und ich hätte nie gedacht, dass die 2020 noch so eine Rallye hinlegt. Und ich dachte mir auch die ganze Zeit nur so, das ist nicht angemessen. Nur gerade wenn das Depot gut diversifiziert ist, dann sage ich mir halt, ich bin bei der Party mit dabei. Auch wenn ich weiß, es passt eigentlich nicht. Aber solange es läuft, ist es in Ordnung. Nur da gibt es jetzt natürlich ein bisschen die Quittung für. Arbeitest du bei solchen Werten dann mit Stop-Loss-Kursen? Nein. Also könnte man überlegen, ob das vielleicht auch sinnvoll wäre. Aber dann muss ich wieder in mein Regelwerk schauen, wenn das jetzt sagt, ich gucke nur nach dem Trendscore und ich muss Tesla verkaufen, weil ein Stop-Loss gerissen ist. Und kaufe eine Aktie mit einem hohen Trendscore, hat die immer noch einen hohen Trendscore. Also dann ist die Frage, was mache ich jetzt? Okay. Hast du denn da auch Beispiele für ein, zwei Werte, wo du das gemischt hast und die dann auch entsprechend besser gelaufen sind als jetzt so ein schwankungsreicher Wert? Also das habe ich auch in der einen Strategie, die bei Investolio drin ist. Da wird genau dieses System verfolgt, dass ich eben Aktien kaufe mit hohen Trendscores, wo der Safetyscore mindestens 50 Prozent beträgt. Und zwei Aktien, die da eben auffallen, ist zum Beispiel Flatex, DeGiro, haben selbst nach der Korrektur jetzt in den letzten Wochen immer noch einen sehr hohen Trendscore und einen Safetyscore auch noch von 69 Prozent. Anderes Beispiel wäre Zalando. Da ist der Trendscore jetzt zwar schon ein bisschen gefallen, aber der Safetyscore ist mit 70,7 auch immer noch sehr gut. Also das sind Aktien, die sich die letzten Monate auch schon enorm gut entwickelt haben, wenn wir jetzt eben mal von dieser Korrektur in den letzten Wochen absehen. Aber das Wichtige ist, die Aktien sind eben nicht erst jetzt seit ein paar Wochen gut bewertet, sondern das sind sie schon seit Monaten. Und das heißt, wenn der Safetyscore jetzt unter 50 fällt, dann würdest du verkaufen, selbst wenn der Trendscore über 70 ist? Das Verkaufskriterium setze ich ein bisschen weiter unten an. Da sage ich, wenn der Safetyscore unter 40 Prozent fällt, weil wenn ich die Grenze von 50 für den Kauf habe, kann es ja sein, die Aktie hat einen Safetyscore von 51 Prozent. Und wenn sie auf 49 fällt, dann würde ich schon wieder verkaufen. Und das führt dazu, dass ich dann zu viel handeln muss. Wenn ich die aber noch ein bisschen tiefer setze, eben auf 40, dann ist da ein bisschen Luft. Und so habe ich eben zwei Verkaufskriterien, dass ich einmal sagen kann, okay, wenn der Trend langfristig nachlässt, möchte ich verkaufen. Oder aber schon, wenn die Kursschwankungen deutlich zunehmen, was mal durch Verluste, wie wir sie jetzt eben gesehen haben, schneller mal passieren kann. Dann habe ich da eben das zweite Kriterium, um zu sagen, gut, die Aktie muss jetzt verkauft werden. Okay, wenn man sich jetzt mal so das Portfolio anguckt, Deutschland Trend mit Safety. Dann fällt besonders auf, das ging steil nach oben jetzt bis Februar. Dann ging es ordentlich nach unten. Und die Benchmark, die du gesetzt hast, ich glaube, beim Deutschland Trend ist es der DAX, das ist relativ stabil geblieben. Das ist also tatsächlich etwas, mit dem ich dann mit solchen Strategien dann rechnen muss, dass das ordentlich nach unten gehen kann. Absolut. Also das sind einfach Risiken, die muss man da einkalkulieren. Wenn ich eben in Trend-Aktien investieren möchte und jetzt ein Safety-Score als Grenz ab von 50 Prozent, was immer noch sehr offensiv ist, dann führt das einfach dazu, dass wir natürlich jetzt hier seit November letztes Jahr eine Mega-Out-Performance verzeichnet haben. Aber da sind natürlich Aktien mit bei, die sind auch ein bisschen heiß gelaufen. Und dann kommt so eine Korrektur, die dann natürlich die letzten Wochen dazu führt, dass man eine deutliche Under-Performance hat. Insgesamt, dieses Depot ist im April 2020 gestartet, ist jetzt trotz dieser Korrektur immer noch eine deutliche Out-Performance zum DAX vorhanden. Okay. Ja, wenn ich mir mein Portfolio angucke, da liegt der Safety-Score vom gesamten Portfolio der Einzelaktien bei 64,9 Prozent. Ist also auch noch im grünen Bereich, war aber zeitweise auch bei über 70 Prozent. Also das ist jetzt auch ein bisschen nach unten gegangen. Ja, aber eben wenn es noch über 60 ist im Durchschnitt, dann ist das wirklich noch ein sehr guter Wert. Ja, gab es denn während der momentanen Korrektur vor allem bei den Tech-Werten gravierende Änderungen auch in den unterschiedlichen Portfolios, die du hast und führst? Ich will jetzt nicht sagen gravierende, aber es kam schon vor, dass ich mehr Änderungen am Depot vornehmen musste als sonst. Also ich habe ja eine durchschnittliche Halterdauer etwa von sechs bis zwölf Monaten bei einzelnen Aktien. Und jetzt kam es vor, dass ich im Deutschland-Depot, diese Woche waren es mal eigentlich zwei Veränderungen, die ich da vornehmen musste. Also von zehn Aktien wurden gleich zwei ausgetauscht. Auch in einem Europa-Depot, wo 30 Aktien drin sind, wurden vier auf einmal ausgetauscht, was eben einfach das Ergebnis der schwachen letzten Wochen ist. Was aber auch zeigt, das System reagiert. Also wir sind jetzt, wenn diese Korrektur weitergeht, dann nicht dauerhaft in Aktien gefangen, die über Wochen nur fallen, sondern da wird dann auch relativ schnell eingegriffen und die, die wirklich sich dann nicht mehr so stark zeigen werden, schnell genug aussortiert. Aber was machst du jetzt, wenn du die verkauft hast? Gehst du dann auf die Suche nach neuen Werten oder lässt du das Geld einfach so lange liegen, bis wieder bessere Zeiten kommen? Nein, also da ist das Regelwerk ganz klar, dass ich eine Aktie verkaufe und gleichzeitig schaue, welche ist denn jetzt aussichtsreicher. Also nur weil eine einzelne Aktie ein Verkaufssignal generiert, heißt das für mich nicht, dass ich mehr Cash halte, sondern ich schaue mich dann eben um, welche Aktie könnte ich dafür jetzt kaufen, die eben besser bewertet ist. Okay, und das heißt, du hast jetzt da auch fleißig dann nachgekauft bei anderen Werten? Genau, ja. Okay, super. Max, dann erstmal herzlichen Dank für die Erklärung zum Safety Score. Wir haben noch ein Modell, über das wir beim nächsten Mal sprechen. Das ist nämlich der Value Score. Das ist auch ein Score, den viele kennen werden. Und der ist auch sehr, sehr interessant. Und da freue ich mich schon auf das Gespräch. Freue ich mich auch drauf. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.